Jetzt zeig ich es mal von vorne, hier wird ein kleiner Unterschlupf, nein das soll es natürlich nicht, das können wir natürlich mit Holz zu machen. Sehr schön. Und jetzt wird es ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist So, hier noch ein paar Verzierungen hin, damit das nicht allzu los aussieht. Ich denke da kommt auch noch etwas dran als Verzierungen, aber erstmal hier, weit rum, sehr hübsch, machen wir hier mit Bruchstein Treppen und weiter. Und zwar auch hier. So. Ah ja, auch die Außen. Selbstverständlich machen wir hier noch ein Holz hin. Verzieren wir das auf diese Weise. Und trotzdem. Der Enderman kann ja erscheinen wie er will. Es juckt mich im Friedrich-Modus, im Bau-Modus, im Kreativ-Modus juckt mich das überhaupt nicht. Das sind für die, die Minecraft nicht kennen, böse Kreaturen, die einen beim Bauern angreifen würden. Wenn man nicht im Kreativ-Modus umher läuft. Mit Präzision. Ok, jetzt bin ich dran. Was? Nein. Da muss eine Treppe. Sehr schön. Ja, das sind tatsächlich Treppen. Nein. Nein. Ey, mal rum. Ok und jetzt bauen wir hier die nächste Tasche oben drauf, deswegen brauchen wir hier Eichenstämmer den Ball Ok, warte Hier wurde nirgengestellt. Da bin ich selbst gespannt wie es weiter geht. Wenn ich es selbst nach Anleitung baue. Dann kommt hier, mit Tag und Nacht wird hier gearbeitet. Ah ok. Und hier wird es auch noch gebaut. Und hier wird es auch noch gebaut. Und hier wird es auch noch gebaut.